Hier sind wir im Marktrestaurant, hier gibt es Frühstück, Eier, Süßigkeiten, hier gibt es ein herzhaftes, Häse, Nuss, Schindchen, hier gibt es dann die frischen Zettel, hier gibt es verschiedene Meusles, hier haben wir auch noch die verschiedene Rückssacken, Soja, Reis, Butter, Milch, was man mag, hier gibt es verschiedene Teessacken, Kaffee, das ist alles so gut, hier machen wir Süßigkeiten, ganz genau. Hier gibt es verschiedene Brotsocken, jetzt auch noch mal Milch, zum Röstieren, hier gibt es verschiedene Eierkorn, Untertitelung aufgrund der Audioqualität 10.12.endes von TXK